Das Leben einer Schildkröte steckt voller Gefahren. Schon am ersten Tag, wenn wir aus dem Ei geschlüpft sind, rennen wir um unser Leben Richtung Meer. Denn da gibt es einige Feinde, die uns an den Panzer holen. Der Kleine hier, der, der es nicht alleine aus dem Sandloch ausgeschafft hat, das war Sammy. Am Anfang war er zwar ein bisschen schwächlich, aber wow, dann hat er mir das Leben gerettet. Und auch ein bisschen den Kopf verdreht. Du bist echt anders als die anderen Schildkröten. Deswegen mag ich dich wohl auch. Du magst mich? Ja klar doch. Wir führen eigentlich ein Leben, was aus einer riesigen Reise besteht. Und dabei trifft man natürlich ganz schön viele Meeresbewohner. Die einen sind schräg. Eine geheime Passage? Tja, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich bin heilfroh, wenn ich keinen Menschen zugeschickt bekomme. Die anderen sind lustig. Sie war auf dem direkten Weg zum Eisenmeer. Das ist zwar eine ziemlich lustige Idee. Aber was weiß ich denn so? Ich bin doch bloß ein Vogel. Aber ziemlich viele sind auch echt nett. Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt mich gerade zum glücklichsten Schildkröten im ganzen Ozean gemacht. Danke. Viel Glück, Bürschle. Mir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du dein Mädchen wieder findest. Und dann gibt es noch so Typen wie ihn hier. Machen eine riesen Welle, nur weil sie ein paar Zähne mehr haben als wir. Apropos Zähne. Mit den Kollegen hier sollte man sich besser auch nicht anlegen. Freunde, ich sag euch, auch nicht im Meer ist alles so witzig. Aber hey, ich mein, wir sind Schildkröten. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ganz ehrlich, für den Fall der Fälle haben wir immer ein paar Kumpels dabei, die uns helfen. Also, jetzt habt ihr schon mal eine Ahnung bekommen, womit wir hier so zu kämpfen haben. Aber in Samis Abenteuer gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir die Weltmeere unsicher machen. Samis Abenteuer. Demnächst überall im Kino und natürlich in 3D. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.